Ja, hallo? Nein, hier ist nicht die Telefonseelsorge, da sind Sie falsch verbunden. Aber sagen Sie mal, haben Sie vielleicht irgendwelchen Kummer? Ach du Scheiße, das ist natürlich bitter. Ja, allerdings, Ihre Situation kommt mir auch sehr ausweglos vor. Doch, doch, ich verstehe vollkommen, Sie müssen sich vorkommen wie das letzte Stück Dreck. Und zwar zu Recht. Nein, nein, also da würde ich mir nun überhaupt keine Hoffnung machen. Selbstmord? Das wäre selbstverständlich eine Lösung. Aber ich bitte Sie, nichts zu danken. Gern geschehen. Auf Wiederhören. Oder besser, adieu. Wer war denn dran? Schon gut. Hat sich erledigt.